was ich bin der meinung lieber beim butterfly etwas auf tief und dann rausziehen anstatt 10 prozent ja das ist machst du keine querruder dazu ich habe jetzt kein butterfly gemacht ich habe jetzt nur flaps machen gemacht hast du auch drei millimeter in der thermikstellung oder sowas ich habe jetzt das ist sehr gut das ist ja das muss ausprobieren so jetzt ist natürlich nämlich noch ja ja wie gesagt sei am anfang vorsichtig am anfang auch erschrocken der kommt sofort granaten mäßig jetzt sehe ich ja wenn er genug querruder aus der sicherheit kann ich das ja rausnehmen siehst du deswegen hatte ich dieses ding hier den kabel auf das kabel ralf sonst hast du hier immer noch eine riesen schlaufe liegen ja dann habe ich umgelöte das war auch in der wandelchen der sträger drin getestet hast du alles aber ich hatte natürlich jetzt keinen akku mit der kapazität liegt jetzt hier so gut kann sein dass er ein bisschen schwanzelastig ist glaube ich lassen halten wir erst mal so fest dann lasse ich mal mit vollgas hochlaufen mal gucken was das macht er macht jetzt ja richtig schwanzelastig ist das muss ausprobieren kommt mir ein bisschen lami vor echt kann mich aber auch durch jetzt habe ich jetzt haben wir die luftschraube läuft und er macht gar nichts luftschraube läuft aber das gute ist dabei wenn du den segler rufs drauf schnallt dann kannst du natürlich an der winde hochgehen bis zum geht nicht mehr wenn der andi mit der winde da ist ja du musst ein bisschen beimischen also ich merke mir mal ein bisschen motorsturz jetzt ein bisschen beimischen die bremser einstellen und beim butterfly mehr tiefer einmischen und dann wird der total langsam also auf jeden fall musst du ein bisschen平ich oder wie ich mich sage ich